Hier sehen wir die grünen Elisabeth. Man sieht sie nur sehr ungescharf. Sie liegt in Dubai im Hafen. Die wollten sie eigentlich als Rotom-Chef umbauen, aber es hat immer noch nicht geklappt. Hier die Einfahrt in Dubai. Hier sehen wir die Einfahrt in Dubai. Hier sehen wir die Einfahrt in Dubai.